moin moin so jetzt geht es wieder weiter mit the last of us left behind der part nummer drei ist es heute und wir gucken jetzt was hinter der tür sich befindet strom haben wir an was ist das jetzt ja ich komme ich darauf noch okay also wir wissen jetzt nicht was hinter sich in der tür befindet flasche 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 hier ist auch wieder was schade aber jetzt müssen wir medizin suchen um auf dem helikopter hingehen um da die medizin zu suchen flasche hier ist auch nichts denn es auch wieder was jetzt zwei schuss das ist was schönes gleich nachladen und dass wir gepackt sind aber wir sind alle die schüsse sind echt wenig das einzige mann ko dabei ist was ich immer finde warum man nicht ähm woher ich zuhärscheln kann oh kannst du laut sagen hier geht es weiter auch auch Soll ich hier verrengen? Hier haben wir es. Endstation. Und drücken. Das kann man nicht drücken. Oh, scheiße. Stalker. Ja. Das geht. Oh, ja, ich habe ihn. Oh, nein, ich habe ihn nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein! Ui! Ich weiß nicht ob hier ist. Ok, jetzt. Dann ist noch einer. Waren das alle? Ja. Klingt so. Ok. Jetzt Benzin. Oh. Ja, Benzin, Benzin, Benzin. Leer. Das Lärm. So, Stein wir mitnehmen. So, jetzt haben wir unsere Energie wieder voll. Und wie fühle ich das hier, wissen, komisch. Auch nichts. Aber wenigstens haben wir jetzt gute Munition. Munition. Ok, voll. Ok, nachgeladen ist schon. Auch leer? Typisch. So, dann gehen wir mal hier durch. Ok, auch so. Ok. Das Auto haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Hier ist so ein Karton hüpft dazwischen. Hm. Ist hier noch was drin? Ja. Ok, wie geht das? Schlauch reinstecken. Einfach ansaugen. Was? Pff. Krap. Nimmst du. Komm bitte. Sehr gut. Dürfte reichen. Dürfte reichen. Dürfte reichen. Komm schon. So. Benzin haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir anziehen. Ja, das hört sich wieder gut an. Und fertig. Oha. Boah. 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 Okay, jetzt müssen wir glaube ich... So. Das kann ich herstellen. und alles andere nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier oben lang, weil unten die kleine Elcetid Ja, mach ich schon. Hä? Achso, okay. Hier rüber. So, da können wir nicht mal weiter. Wenn wir hier rüber gehen, können wir nach da. Da ist tot. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen da hinten hin. Zwei Türen. Ich öffne mal jetzt die erste. Und hier ist eine Sarkasse. Ja. Dann einmal die Garage. Vielleicht hier ein Durchgang. Ja, aber du kannst hier ziehen. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Hm, wohin? Wenn ich das da, 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 da. Dann bin ich hier wieder drauf. Dann kann ich bestimmt da rauf gehen. Oder? Aber, warte mal, warte mal, wenn ich hier hoch springe. Hier auch. Okay, das geht nicht. Warte mal, 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 warte mal. Wenn ich das aufmache. So. Mein Kaden. Da unten platziere. Und dann hier hoch springe. Geht's. So, hier lang. Und hier wieder rüber. So, dann muss ich hier bestimmt lang. Und hier runter. Und jetzt bin ich hier. Oh, das war knapp. Okay. Ich höre dich. Morgatils. Mhm. Ja. 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 Da ist keiner. 1, 2, 3, 4. So, jetzt durchschütteln. So, dann habe ich nur noch zwei, die vorbilden sind. 1, 2. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Das fand ich schon... Ist nicht schlecht gewesen. So, Waffe. So, aber dann müssen wir ja theoretisch jetzt am Flughafen, äh, Flughafen, beim Helikopter sein. Da ist er. Ja, das war doof. So, lauf rein. So, lauf rein. So, lauf rein. So, lauf rein. So, dann haben wir das jetzt auch fertig. Jetzt können wir hier ein bisschen Hackengas geben und mal die Gegend... Ah, wir waren ja hier schon. Aber wir können ja hier mal die Leichen angucken. Weil vielleicht haben sie ja auch Muisioden. So, Nachtladen ist es. Okay. Dann drücken wir mal auf den Scheiter. Sehr gut. Okay, Hubschrauber. Auf geht's. So, da ist der Hubschrauber. So. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Part. Also, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr es geguckt habt. Natürlich über Support würde ich mich freuen. Däumchen hoch, kommt da runter lassen. Fettes Abo lassen. Und wir sehen uns. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.